Hallo, hier bin ich wieder, euer Corinne Kingsnight mit Herz und Seele, bereitet euch wieder euer Game Over vor, heute im Video Terramizu, mein erstes Dessert Video. Don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love? Ich habe für mein Patenkind, wenn sie wieder mit ihren Eltern da ist, diese Kekse, Biskuitkekse besorgt. Davon habe ich noch so viele. Ich glaube daraus, zauber ich ein Rezept. Die anderen hebe ich für sie auf. Jeder Vorbereitung, immer eine Gleichkeit, etwas Regen und, hätte man es nicht erinnert, brauchen drei von unseren Eiern, aber davon nur das Eigelb. Gebt ihr eure drei Eiottern in die Schüssel, schlagt ihr etwas eure Eiottersteif, eure Mascarpone hinzu, noch ein bisschen Sahne hinzu, dann braucht ihr eure Vanilleschote. Mache ich ein klein bisschen, gebt sie dann in die Schüssel hinzu, dann wird das Ganze noch verrührt. Dann benutze ich meinen Kaffee-Liquor, den ich von meinen Freunden geschenkt bekommen habe, zum Geburtstag damals. Ihr nehmt ganz normalen Kaffee. Mit tunkt ihr eure Biskuitdinger und macht sie dann in eine... Dann tut ihr eure Creme in die Form dazugeben und macht eine Schüssel Biskuit. Gebt ihr euer Kakaopulver drauf. Stofffolie drauf und lasst den Tiramisu noch abgedeckt im Kühlschrank ruhen. Da lege ich euch das Rezept auf dem Tischloch. Tiramisu. Einfach frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Euer Horigen Kings Night. Einfach frisch, schnell und lecker. Es gibt nichts Besseres, wenn der Tiramisu frisch gemacht ist. Jetzt abspeichern und auf jeden Fall nachmachen.